Der letzte Tanz Ex-Lit und Raute X27 ist dann zu BFF, so denkt Raou mit akut L-Richter über Sylvie aus. Der letzte Tanz. Der letzte Tanz. Sylvie Mais, 39, L-Stanz so aussorgte für Schlagzeilen Nach sieben Jahren entschied der TL abrupt, die Zusammenarbeit mit der sympathischen Niederländerin zu beenden. Dieser Entschluss überraschte nicht nur die Fans der beliebten Tanzshow, auch bei den Promis wird der Moderationswechsel heftig diskutiert. Mit von der Partie, Raou mit akut L-Richter, 31, der Sylvie schon seit Jahren kennt. Was er von dem plötzlichen Show aushält, verriet er jetzt im Promiflas-Interview. Ich weiß nicht, was wirklich da lief. Dass mal eine Änderung vorgenommen wird, das ist in diesem Business ganz normal. Das passiert, äußerte sich der 30-Jährige diplomatisch im Gespräch mit Promiflas. Die genauen Hintergründe für die Kündigung kenne er nicht. Sylfis Nachfolgerin Viktoria Swarovski, 24, wünsche er viel Glück. Schon beim Supertalent habe sie sich in der Jury gut geschlagen. Ich finde, sie hat eine ziemlich schöne, positive Ausstrahlung. Ob sie das dann so wie Sylvie macht, das werden wir sehen. 2010 nahmen und übrigens an derselben Leeds dann zur Staffel teil. Während es für die 39-Jährige momentan nicht ganz so rosig läuft, kann sich der ex-GZSZ-Star nicht beschweren. Er stand kürzlich für Rosamunde Bilcher, das Vermächtnis unseres Vaters vor der Kamera. Sendetermin ist der 4. Februar um 20.15 Uhr im ZDF. Überrascht es euch, dass Rau mit Akut L so diplomatisch reagiert? Total! Ich hätte gedacht, er ist mehr Team Sylvie. Rau mit Akut L ist einfach viel zu nett und hält sich lieber zurück. Auf Wiedersehen! Das ist wichtig. Ich bin zu sehen! Ich bin der Kiste die Tür nicht geschätzt. Ich bin der Kiste. Untertitelung des ZDF, 2020